Mein Himmel auf Erden, bist du? Herr Herr, was ist überhaupt mit dem Himmel? Den habe ich bereits sechsmal geliefert. Ich glaube, dann werden Sie jetzt eben zum siebten Mal liefern. Herr Herr Herr, ich sage Ihnen etwas. Wenn Sie nicht innerhalb zwei Tagen jetzt einen neuen Himmel auf Erden liefern, muss ich die Operette endgültig absetzen und mache Sie für den vollen Schaden verantwortlich. Bühne, Baumweg! Eintreffe morgen, Lindenau, Nachmittagszug. Vater. Na. Jetzt haben wir, du bist wohl vollkommen übergeschnappt, was? Was? Was fehlt dir denn ein, mich deiner Tante einfach als deinen Verwalter vorzustellen, hä? Ich wollte... Ah! Nach Lindenau, nach Lindenau, nach Lindenau, hör doch auf, hör doch auf. Na, wollt ihr helfen? Das ist der Herr Hilbert, ne? Der Verwalter. Ja. Na, die Tante glaubt, dass Ihre Tochter mit dem Herrn Hilbert verheiratet. Aber was ja blöd sind. Dann sind Sie wieder eingebaut. Weil mein Schwiegersohn gar kein Gut hat. Wichtig, hä? Na, wer denn sonst? Der Mann, den Sie für den Verwalter gehalten haben. Der hat es. Der hat es gut. Der hat es. Der Mann, den ich für den Verwalter... Der... Wie war das? Der... Ja, wiederholen kann ich jetzt nicht. Ja, wiederholen kann ich... Untertitelung des ZDF, 2020